Ich mache aus standfesten Kampflesben Emochics mit Liebeskummer Ja das heißt das Album King is raus Natürlich habe ich das Album Geschenkt bekommen heute Von meinem besten Freund Und das von Das mal von mir wieder ein Video kommt Ist Echt wow Ich habe ja so wenig Zeit Ich habe mir das Spiel mal geholt Vor ein paar Wochen oder so Fand es eigentlich ganz interessant Weil Die Comic Grafik Also dieses Walking Dead mit der Comic Grafik Ist schon interessant Aber ist jetzt nicht so das wahre Weil ich finde es irgendwie Es ist auf Dauer zu langweilig für mich Und das ist Es hat was und ich habe ein Messer und Und das Bucket gibt ein Zeichen Yo Ja der rote Pfeil zeigt Ihnen Ihr aktuelles Ziel an Ihre aktuellen Ziele können Sie im Pausemenü ansehen Alles klar Ich habe ja im Moment ziemlich Wenig Zeit Da Die Prüfung in einem Monat ist Zum Gesellen Die muss ich bestehen Sonst Ja Ist scheiße Sobald zu viel Lärm gemacht Und Ich muss Sehr Ich muss über ein Jahr Berichtsheft nachschreiben Ungefähr Ist schon mal sehr schlecht So Über ein Jahr Berichtsheft muss ich schreiben Kann ich nicht hoch Und ich muss extrem viel lernen Ich kann bis jetzt nicht viel Praktisches Was gefordert wird Was gefordert wird Das geht eigentlich Ich kann Zwei von vier Sachen Aber die anderen zwei sind auch sehr wichtig Und theoretisch Wir machen uns mal nichts vor Ich höre in der Schule niemals zu Habe ich noch nie Und werde ich auch nie Mist Oh Ah ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Aber ich habe das Ziel noch getroffen Oh oh Lauf 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 Ach du Ach du Scheiße Oha wo kommen die denn alle her So endet das Spiel Oh er wird ein bisschen Oh Diggs Nah No man Help me Daryl You okay Ah Oh Oh sein Vater Daryl He's too busted up Nothing can be done now Except He's a suffering Der Vor der Serie Ja wirklich ne Pussy Sorry brother Er fackelt nicht Er ist geil Er fackelt nicht lang Und wenn ich jetzt Richtig Oh ich habe nicht auf die Hunde geguckt Alles klar Wenn ich jetzt richtig Arschkarte habe Dann fickt mich die Gamer mit diesem verdammten Wegen der Musik und dem ganzen von AMC Deswegen mach schneller Mach weg da Mich interessieren die Producer nicht The Walking Dead AMC's The Walking Dead Survival Instinct Sehr schön Oh und den spielen wir als Daryl Das ist sehr gut Da ist mal Wenn du die Fresse siehst Biss du sauer Das kann ich verstehen Faktmesser aufnehmen mit E Drücken Sie die linke Maustaste Um die Waffe zu schwingen Halten Sie den Angriff Um einen Kraftangriff auszuführen Nahkampfwaffen sind gut Um Beißer auszuschalten Ohne Lärm zu machen Alles klar Immer das mit Wiederherstellungsobjekte Sportgetränke und Versorgungsrationen Können genutzt werden Um ihren Zustand wiederherzustellen Sobald Sie ein Wiederherstellungsobjekt ausgerüstet haben Drücken Sie die linke Maustaste Um es zu benutzen Alles klar Das war eindeutig Ich hab ein Messer Ja 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 Erst nämlich den Hammer Und das Was Das ist geil Dann treffen wir uns beim Truck Oh Oh Ich sollte mich beeilen Ähm Hier lag gerade noch irgendwas Zumindest wurde da was angezeigt Nehmen wir das noch mit Und Und irgendwas Ja, ja, wir treffen uns beim Truck. Ist hier noch sonst irgendwas, was ich übersehen hab? Vielleicht? Ne. Gut. Gewehrmunition, Versorgung, Operation. Ein Hammer ist immer gut. Da ist einer. Mittlere Maustaste. One hole. So. Ist klar, dann geh ich mal hier lang. Probier's mal mit dem Messer. Zwei. Drei. Vier. Okay, vier. Okay. Fernkampfwaffen. Fernkampfwaffen sind, äh, sind, ja. Fernkampfwaffen verursachen sehr viel Lärm und machen andere Beißer in dem Gebiet auf sie aufmerksam. Ja, aber Treibstoff ist für ihre Gruppe unterwegs überlebenswichtig. Ohne ist die Reise zu Ende. Sie können in jedem Gebiet nach Treibstoff suchen. Überlebende können aber auch auf die Suche nach zusätzlichem Treibstoff geschickt werden. Alles klar. Aber das klärchen. Kommen wir her. Du bist aber ein ganz hübscher. Eins. Zwei. Oh. Was ist das, Kollege? Wahrscheinlich nicht. Neun Schuss insgesamt. Ja, komm, du hast mich auch schon gesehen. Komm einfach hier runter. Und ich mach dir dein Gesicht, aber hübscher, Mann. Ihr. Treibstoff. Treibstoff. Munition. Glasflasche. Ablenkungsobjekte. Mit Objekten wie Leuchtfeuern und Glasflaschen können sie Beißer ablenken. Sobald sie ein Ablenkungsobjekt ausgerüstet haben, drücken sie die linke Maustaste, um es zu werfen. So. Hier wird nicht gesagt, wie man die auswählt. Nehme ich mit 1. Und dann wirfst du die einfach. Und dann gehen alle Beißer dahin. Muss ich nehmen, ich? Scheiße. Brenn. Brenn. Ah, daneben. Voll in die Schulter geschossen. Das war ja mal voll für'n Arsch. Missionsübersicht. Jess Collins ist der Gruppe beigetreten. Truck. Zwei Sitze gefunden. Sammelstücke gefunden. Äh, keine. Scheiße. Reisekarte. Hier können sie ihr nächstes Ziel wählen und festlegen, wie sie dort hinkommen. Auf Nebenstraßen verbrochen sie mehr Treibstoff, haben aber mehr Möglichkeiten Vorräte zu suchen. Auf Highways sparen sie Treibstoff, haben jedoch weniger Möglichkeiten nach Vorräten zu suchen. Alles klar. Nehmen wir das mal. Und nehmen wir einfach die Highways. Egal. Weniger Treibstoff. Verbrauch. Nicht eine verdammte Sache. Äh. Verbrauch. Hey, über deinen Vater? Ich weiß nicht, was zu sagen. Sag einfach nichts. Nichts. Lass es dir. Und wir müssen morgen, was passiert. Ja, ich glaube, wir machen. Aber wir sollten Menschen erst. Was? Geh zu den Schäden? Bitte. Wir müssen Merle holen. Merle? Er ist... Er ist einfach nicht gut. Was hast du zu mir gesagt, alte Mann? Du bist zehnmal ein Mann, wie du bist. Okay, okay. Es scheint, dass ihr Mädchen Hände in die Scheiße sind, wenn du zusammen bist. Stroh in Scheiße. Sammelpunkt. Hier können sie ihre überlebenden Verwaltendobjekte auf ihr Fahrzeug übertragen. Und Objekte auswählen, die sie ins nächste Gebiet mitnehmen wollen. Alles klar. Wie war das? Wie mache ich das denn? Achso. Aha. Was soll denn der suchen? Treibstoff? Lebensmittel? Ach, nimm mal Lebensmittel. Krumm-Sammler-Risiko. Ach komm. Mach. Mach einfach. Mach einfach. Mach es. Ja. Ne? Und dann auf geht's. Ja. Ja, maybe hat er jetzt gesagt. Ja, super. Er hat den Hammer. Er ist ja ganz klasse. Er hat sich toll gemacht, Philipp. Er hat sich toll gemacht. Toll, Philipp. Er hat sich toll gemacht. Er ist tot. Das war klar. Das war klar, weil das habe ich schon aus dem Augenwinkel schon gesehen. Jetzt ist es offen. Aber war... Belobt. Ach, ehrlich? Das ist doch wohl klar, dass jetzt hier kein Strom mehr ist, oder? Ich meine ja nur, als ob hier noch irgendwer arbeitet. Das fickt den... Das fickt so den Kopf weg. Da kriegt man so Panik. Sportgetränke. Gashaus rauben. Gib mir Money. Ich möchte bezahlen. Ach, ich möchte reich. Einmal reich sein. Hey, come on up here and talk in the middle. Use the ladder near the dumpster. Hey, man, here. Ich habe das ja schon mal kurz gespielt. Und bei diesem kurzen... Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich das nicht bemerkt. Aber irgendwie... Gefällt mir das eigentlich nicht. Bolzei? Jimmy Blake. Okay. Hey, Blake. Last standing officer of the Sedalia S.O. Good for you. Sackles all over this place, too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills hunting. They know nothing about them to the Torbacamp. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys, and to, uh, hunters. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station, and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. The batteries went dead two days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. Um... Batterien für ihn. Ja, Alter, halt da. Komm, ich mach dir ein bisschen das Lächeln größer. So, und dann gucken wir mal hier so. Ah, yeah. Oh, ein heißer Ohr. Das dürfte mehr wehtun. Ich mag's, diese Wichser leise auszuschalten. So. Sehr schön. Den kann ich auch leise ausschalten. Lebensmittel-Vorrat. Das ist nichts. Hammer? Ich hab irgendwie da, bei diesem Eingang, uh, gutes Gefühl. Vielleicht auch nur, weil beim letzten Mal der Weißer durchkam. Und ich jetzt leicht nervös bin. Ist ja jetzt keine durchkommen. Daran könnte, daran nichts wahrscheinlich. Aber ich will nochmal hier kurz... Ja, ach komm, hier ist nichts. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Aber gut, dass das einfach mal pausiert. Packen. Zielen Sie auf den Kopf des Beißers und drücken Sie die linke Maustaste, um den Beißer mit einem Schlag zu erledigen. Bevor Sie von einem Beißer gepackt werden, können Sie ihn wegstoßen, damit er Sie nicht angreift. Alles klar. Der Erstige hier. Lutsch, meine Eier. Ich würde mal sagen, ich mach hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss auch gucken, wie die Audioeinstellungen sind. Haut rein.